Herzlich willkommen zum Gemüsefun-Podcast und heute zum Wahl-O-Maten der EU-Wahl24. Und damit, hallo Tawade. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Ich bin hier ganz gespannt auf diesen typischen Schrott von der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir kennen ja die Wahl-O-Maten, wir hatten schon mal einen gemacht. Ich weiß gar nicht anlässlich, welcher war, ich glaube es war Berlin. Ja, Berlin war es, genau. Die Fragen waren immer so gestellt, dass man eigentlich gar nicht so richtig das antworten konnte, was man als rechte antworten wollte. Also die waren irgendwie auch immer geframed, hatte ich das Gefühl. Ich finde ja trotzdem, dass wir da relativ gemäßigt abgestimmt haben und landen dann trotzdem jedes Mal bei AfD mit sehr, sehr hohen Anteilen. Da denke ich mir dann immer so, was ist denn mit dem Nomi? Also, hält es sich dann nicht Fragen? Denn der Wahl-O-Maten wird da doch wirklich ziemlich oft gemacht. Ein paar Millionen Mal, glaube ich sogar. Also ist ja nicht ohne. Aber deswegen haben sie auch immer diesen Satz hier, ist keine Wahlempfehlung. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, ich sag's einfach. Ich war ja früher mal Grünwähler. Und wo ich noch so richtig links war, also wo ich halt noch jung und links war, hatte ich auch mal so ein Wahl-O-Mat gemacht. Und da kam bei mir, ich glaube nicht auf den ersten Platz, aber ziemlich weit oben tatsächlich NPD raus. Rufeisentheorie bestätigt. Und ja, wie gesagt, ich hatte mich damals als links eingeschätzt, weißt du, einfach weil ich so irgendwie verortet war, einfach durch Medien und Schule und so weiter. Und dass da jetzt das rauskam, da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einfach so verortet unter, hä, was ist denn das für ein Schrott, dass das jetzt hier rauskommt. Also ich fürchte, der Normi wird da nicht ganz so sehr auf sowas hören. Es gilt ja immer die Weisheit beim Wählen und bei Politik. Am Ende macht es das Gefühl. Und wenn du jetzt eine Partei vorgeschlagen bekommst, bei der du irgendwie ein schlechtes Gefühl hast, und bei mir war es damals so mit der NPD, dann wählst du sie trotzdem nicht, auch wenn du da hohe Zustimmung hast. Ja, mich würde es interessieren, wenn du das jetzt so fünf Wahlen hintereinander erschaffst, ob da nicht irgendwann so der Denkprozess einsetzt, dass irgendwas nicht ganz hinhaut. Weißt du, so beim Einmal, klar, das kann passieren, ne? Ja. Und da kann man sich das zurechtbiegen, hier, der NPD, die verspricht jedem alles so sinngemäß, weißt du? Klar habe ich damit große Zustimmungsraten, so. Ja, ja. Könnte sein. Also... Ich bin da leider immer pessimistischer als du. Also ich weiß, du bist da immer gern so drauf, ja, der Mensch lernt und so. Ich fürchte halt leider, der normale Mensch, der Normie, der ist halt sehr gefühlig unterwegs, da ist auch kein Lerneffekt. Wenn der Fernseher dem jahrelang sagt, grün ist gut und links und so weiter, dann wird das auch bei dem im Kopf so bleiben. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber die Zuschauer können uns ja gern mal sagen, was die dazu sagen. Er hat's dann, also dieser Mensch hat's dann durch den Fernseher gelernt, ne? Mhm. Also das kann man auch wieder in die andere Richtung, denke ich mal, irgendwie hinlenken. Ja, okay. Das stimmt. Übrigens, als ich vorhin die Seite aufgerufen habe, habe ich mal runtergescrollt. Und Achtung, fand ich sehr schön, wer da alle Partner sind. Ja, der Spiegel, Abendzeitung. Ich scanne hier gerade so ein bisschen nach Organisationen, die ich schon eindeutig als linkspolitisch verordnen würde. Oh Gott, und das sind viele. Halt die ganzen Medien hier. Na ja, Tagesschau, BR, SWR, MDR, also diese ganzen GEZ-Outlets. Gut, Taz, logisch, Tagesspiegel, Augsburger Allgemeine ist vielleicht sogar von der SPD ein Unternehmen, Medienunternehmen, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also die Süddeutsche ist mittlerweile auch völlig verloren, der Spiegel sowieso. Ja, T-Online auch. Stimmt, stimmt, ja. Deutsche Welle und sowieso, also das sind ja alles diese ganzen ZDF-Kanäle. Ja, also interessant, sehr interessant. Das ist gut, dass du da hier mal runtergescrollt bist. Als normaler Bürger denkt man ja immer, sowas ist objektiv und macht sich darüber gar keine Gedanken. Das sind ja nur die Partner. Genau, man muss ja dazu sagen, scroll mal hoch, wie das jetzt hier abläuft. Ich lese mal ganz kurz vor. Alle 35 Parteien, die zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Also es ist ja hier so, dass in dem Sinne wird jetzt den Parteien nichts in den Mund gelegt. Die konnten schon selber hier bestimmen, wie sie sich verorten. Man muss jetzt hier einfach seine eigenen Thesen markieren und wird dann der Zustimmung zugewiesen. Aber nochmal, das Problem ist halt gewesen bei den bisherigen Wahl-O-Maten, die Art der Fragestellung, dass die in eine bestimmte Richtung abzielt. Tja, aber wir werden vielleicht jetzt gleich eines Besseren belehrt und die sind diesmal wirklich neutraler und ausgefeilter. Richtig, lass uns einfach mal loslegen. Fang du an. So, die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Abschied. Ja, absolut, absolut nicht zu Stimmung natürlich. Weil so fängt es dann immer an, ne? Ja, natürlich. Sorry, ich teile schon 70 Prozent Steuern fast. Dazu sehe ich gar keinen Grund. Also zumal die Steuern, die hier in Deutschland eingenommen werden, ja so oder so an die EU schon abgeführt werden. Also das würde ja nur noch dazu führen, dass wir am Ende noch mehr Steuern an die EU zahlen. Anders kann man sich das ja gar nicht denken. Ja. Deswegen abschieben. So, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Natürlich volle Zustimmung. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon zu 80 Prozent die AfD-Standpunkte erreicht. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch, also der E-Auto-Markt ist derzeit rückläufig, um das mal ein bisschen auszudifferenzieren, weil diese Förderung ausgelaufen ist. Und ja, dann haben wir nichts mehr, wenn wir die Verbrenner verbieten und die E-Autos nutzlos werden. Also ich bin auch einer von der Fraktion, die das absolut nicht kommen sehen, dass die Verbrennungsmotoren wirklich verboten werden, weil das wird einfach nichts mit den E-Autos auf absehbare Zeit, meiner Meinung nach. Ja. Oh Gott. Okay. Die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Also langsam habe ich das Gefühl, die Crash-Gefahr zwischen diesen sogenannten Seenotrettern steigt ins Unermessliche, wenn dann noch die EU mit mischt. Also wenn jetzt die Frage hier anders formuliert wäre, wenn da statt Seenotrettung im Mittelmeer stehen würde, ein, ja wie sage ich, eine Küstenwache, eine Seenotrettung, dass die sofort abgeschoben wird oder eine knallharte Küstenwache, ein harter Wall auf dem Mittelmeer, dann würde ich natürlich zustimmen. Aber hier, wir wissen doch, wo das hinläuft. Das wird so Carola-Rakette-mäßig sein, oder Rakete, wie auch immer, die man spricht, dass halt die Leute aus dem Mittelmeer gefischt werden, dann schön nach Italien gebracht werden, nach Europa. Also ich stimme absolut nicht zu, du wahrscheinlich auch. Ich meine, wenn es Seenotrettung nach den eigentlichen Statuten wäre, sprich, oh, du sammelst jemanden auf, einen Schiffbrüchigen, und dann schaust du, wo ist denn der nächste Hafen? Ja. Ja gut, dann ja, auf jeden Fall. Aber wir wissen ja, dass das missbraucht wird seit 2015. Ja, eben, das wird halt missbraucht. Deswegen würde ich da grundsätzlich konsequent Nein sagen. Weil das Ding meiner Meinung nach ist, hier bei dem Thema Seenotrettung, wenn jetzt einer von Afrika aus nach uns zu Europa fahren will, dann fühle ich mich einfach denen nicht verantwortlich, dass ich für die jetzt irgendwie Seenotrettung machen müsste. Es geht auch auf der ihre Kappe, wenn die sich in solche Boote setzen. Ähm, naja, also, boah, schwierig. Also der ursprüngliche Gedanke der Seenotrettung war ja halt, dass du nicht ja trinkst, ne? Nee, ist ja völlig richtig, aber, 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 dann soll doch der Staat Libyen eine eigene Seenotrettung aufbauen. Warum müssen wir das denn machen? Der hat wahrscheinlich auch eine wirklich eigene Küstenwache. Ja, ja. Also du weißt, worauf ich hier hinaus will, dasselbe, was wir schon angesprochen haben, das wird halt einfach nur uns zugestanzt wegen der Migration. Also, damit wir die Leute dann hier aufnehmen und das will ich natürlich grundsätzlich nicht, deswegen harte Ablehnung. Äh, so. Hier müssen wir dann vielleicht sogar doppelt gewichten, die These. Ja, ich hoffe, ja, können wir die am Ende noch begewichten? Wir können die gewichten, ja. Okay, sehr gut. Also, war immer so zumindest, sag ich mal. Eben, weil, dass wir jetzt hier nur zustimmen können, ist ein bisschen lahm. Okay, die Ukraine soll Mitglied der EU werden. Ich stimme nicht zu. Ich stimme auch nicht zu. Also, früher gab es ja mal Standards, was so ein Beitrittskandidat haben sollte. Ja. An Wirtschaftsleistungen, Korruptionsindex, etc. Das ist ja schon mit Griechenland damals ad absurdum geführt worden. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Ukraine einen Freischarztschein hat. Und, ja, Dritter Weltkrieg, hallo. Eben, genau. Also, wir brauchen einfach, es klingt ein bisschen grausamer, aber wir brauchen halt zwischen den Großmächten, zwischen den beiden Blocks, halt so ein paar neutrale Staaten. Das ist ein Puffer, genau. Ja, wir brauchen so ein Puffer und das muss die Ukraine nun mal sein. Ich meine, ja, wie du richtig sagst, das führt nur zum Dritten Weltkrieg, wenn wir hier noch weiter die EU-Osterweiterung fortsetzen, bis an die russische Grenze. Das bringt es nicht. Und man kann es ja auch mal positiv sehen, so ein Pufferstaat kann ja auch gut profitieren, dass er zwischen beiden Machtblöcken liegt, wenn er sich immer da günstig positioniert und da außen vollen schöpft. Richtig, das war ja so, das war ja lange Zeit so der Plan Deutschlands eigentlich, vor den beiden Weltkriegen so, der Vermittler zu sein zwischen West und Ost. So, also, stimme nicht zu. Sag ich dich. Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Klingt ja erstmal gut, ne? Na ja, das ist das Ding. Vorrangig ökologische Landwirtschaft fordern. Schwierig. Also ich würde neutral sagen und vielleicht sogar eher stimme nicht zu, weil ich mir halt denken kann, wohin das führt. In so eine grüne Ideologie. Also vor allem in viele, na ja, wie soll ich sagen, dass man es dann den Bauern, die halt nicht jetzt super toll ökologisch sind, denen das Leben vielleicht schwerer macht. Und dann werden sich auch die Preise erhöhen und pipapo. Ja klar, also das führt dann jetzt vermute ich mal dazu, dass so weniger Massentierhaltung und solche Sachen passieren. Ich meine, man muss ja dazu sagen, dass es kaum noch Kleinbauern gibt. Also das meiste sind halt irgendwelche Großbauern. Ja. Da hat ja auch ein Selektionsprozess in den letzten Jahrzehnten stattgefunden. Und also das trifft dann keinen Arm, sagen wir es mal so. Was würdest du jetzt hier antworten? Also wenn ich nur den Satz für sich nehme, nicht die vermutete Gängelei, die dahinter steht, die du vermutest, dann würde ich sagen, ich stimme zu. Können wir uns dann vielleicht auf neutral einigen? Weil ich bin ja ein bisschen vorsichtig. Gut. Okay. Frage 6. In Deutschland sollte Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden? Ja. Volle Zustimmung. Aber ich darf den D-Mark wieder einführen. Ich meine, es war ja damals 70 Prozent für Beibehaltung der D-Mark. Richtig. Man hätte wie immer einfach nur mal das Volk mit der Volksabstimmung fragen sollen. Und dann wäre die Politik ganz anders verlaufen. Und ich will noch an den Beschiss erinnern, der damals ja passiert ist. Von D-Mark zu Euro. Da hieß es ja, es wird sich alles halbieren. Euer Gehalt, aber auch die Preise. Ja. Im Unterschied zum Gehalt sind die Preise halt kurz vor der Einführung aus Versehen angehoben wurden. Ja, ja. Und dann hattest du, nachdem die Halbierung dieser erhöhten Preise erfolgt, war natürlich ein Problemchen. Auf einmal. Ja, das war schon damals Inflation. Ja, stimme zu. Und vielleicht noch, also die Nachteile, die da immer skizziert werden mit, oh, wenn du ins Ausland fährst, dann musst du ja das Geld wechseln und so. Oh Gottes Willen, das sind ja ganz harte Stolpersteine. Weil man einmal im Jahr Urlaub auf Malle machen will oder sowas. Also das ist wirklich richtig dämlich. Also ich hatte es auch letztens wieder, ich war in Köln tatsächlich, mal in Westdeutschland, war da unterwegs. Und jedenfalls in der Bahn waren da auch so nette Wahlwerbungen. Und da waren zum Beispiel Wahlwerbungen geschaltet, also von der EU selber. Also da hieß es halt, geh wählen und da stand drauf, was macht die EU für dich? Und da stand genau das, die EU macht für mich, dass ich ohne Grenzkontroll nach Mallorca fahren kann, einmal im Jahr und dort kein Geld wechseln muss. Gut, das erste würde immer noch bleiben. Also wenn das immer noch die einzigen zwei Sachen sind, ja cool, also danke EU. Genau, das ist halt echt ein schwarzes Argument, deswegen, du hast recht. So, Frage 7. Die EU sollte Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich, auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Abschieben. Ich wusste gar nicht, dass die EU Deutschland da herhängt, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein richtig reaktionäres Gebilde. Na gut, irgendwie macht es ja schon Sinn. Ich meine, du hast ja in der EU auch die ganzen Oststaaten. Und die wollen das natürlich nicht, die werden sich da extrem gegen sperren. Also Ungarn, Polen, Tschechien. Ja, also ich will mir von Leuten, die weder weiblich noch männlich so wirklich definieren können, nicht noch sowas aufheißen lassen. Richtig, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So, Frage 8. Die Jagd von Wölfen soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Alter, das sind hier Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist ja eher so eine deutsche Frage. Das ist so ein ziemliches Nicht-Thema, finde ich. Also ich mache meine Wahlentscheidung nicht von irgendwelcher Wolfsjagd abhängig. Na gut, die Jagd von Wölfen soll in Regionen erlaubt sein. Ja, natürlich stimme ich zu. Ich meine, wenn der Bestand dadurch nicht gefährdet ist, so ist es doch auch bei jeder anderen Art mit dem Jagen. Also, ich meine, wenn Schweine nicht gefährdet sind, dann darf ich Wildschweine jagen und so weiter. Man muss ja immer den Umkehrschluss machen, was passiert denn, wenn man die nicht jagt? Ja, ja. Dann vermehren die sich halt und bringen das Ökologiesystem durcheinander. Und ja, Wölfe brauchen halt einen riesigen Einzugsradius mit viel natürlichem Wald und den gibt es halt in Europa kaum. Ja. So bist du ganz schnell an der Grenze. Jagd soll auf sein. Ja. Aber weil du es gerade sagtest hier mit, das ist so ein Nicht-Thema, von dem mache ich doch meine Entscheidungen nicht abhängig. Also es gibt Leute, die machen von Fahrradwegen und wie schlimm die Autofahrer sind, ihre Entscheidungen abhängig, ob sie AfD wählen. Ja, leider. Ja, leider. So ist es nicht. So, kurz nochmal die Frage, nicht so etwas hier falsch. Das soll erlaubt sein, ja. Genau. Du wieder? Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Nein, natürlich nicht. Verpflichtend, alter. Wir brauchen nicht noch mehr Regulierung überall. Also das kann man ja auch wunderbar über Anreize lösen, ne? Einfach irgendeine scheiß Förderung und gut ist. Genau. Macht doch jetzt eh schon fast jeder so. Ja, eben. Deswegen nicht zustimmen. Frage 10. Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. Das ist aber eine interessante Frage. Sollen mit Mehrheit statt... Da... Oh, interessant, interessant. Das würde hier jetzt natürlich die kleinen Staaten benachteiligen. Und ich würde sagen, namentlich halt die Oststaaten, die sich gegen viele Sachen sperren, zum Beispiel gegen die Migration. Deswegen würde ich hier eindeutig sagen, stimme nicht zu. Weil wir können froh sein, dass wir die noch haben, die Oststaaten, dass die nochmal da ein bisschen Vernunft reinbringen in das Parlament. Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil du willst ja eigentlich nicht, wenn du so eine Institution befürwortest, dass die permanent wegen einem sozusagen gehemmt ist oder blockiert ist. Ist richtig, aber ich befürworte die Institution ja nicht. Diese Institution, die arbeitet ja gegen uns, also... Richtig, deswegen soll zu sein. Ja, also nicht zu. So. Der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. Das ist jetzt wieder so eine Nichtfrage, ganz ehrlich. Ja, wir geben mal vielleicht ein bisschen Gas. Neutral. Ist uns doch egal eigentlich. Ja. So, zwölf. Die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Boah, stimme erstmal nicht zu. Also bin ich erstmal immer vorsichtig. Ich meine, was für Befugnisse würden denen denn fehlen? Habe ich noch nie gehört, dass irgendwie eine Polizeibehörde Probleme hat, wegen irgendwelchen EU-Geschichten. Ich meine, die gab es ja schon vor der EU, ne? Also das ist jetzt eigentlich nicht direkt, was mit der EU zu tun hat an sich, ne? Richtig, richtig. Deswegen, ich sag nein. Ja, das müsste jetzt irgendwie konkreter sein, ne? Klammer auf, zack, 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 zack. Vorratsdatenspeicherung und angekündigte Hauszusuchung. Ne, also wenn's so nicht mit Beispielen unterfüttert ist, dann ist es immer schon komisch. Jo. So. Hm, die EU soll länderübergreifende, mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. Ah, natürlich nicht. Merk, wir brauchen nicht noch mehr Arte. Nein. Natürlich nicht, das ist völlig abzulehnen. Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Stimme zu, ja, sie soll das Ziel verwerfen, weil es nicht erreichbar ist und Schwachsinn ist und zur Industrialisierung unseres Wirtschaftsstandards beiträgt. Man muss aber vielleicht dazu sagen, also klimaneutral heißt ja eigentlich für die EU nur, dass die klimaschädlichen Sachen außerhalb der EU passieren. Ja. Also wie irgendwelche, ja, Auto-Akku-Herstellungen, die sind dann irgendwo hier in Südamerika und verpesten dort alles. Genau. Und wir können uns auf die Schulter klopfen, dass das Auto jetzt ja hier klimaschont durch die Kante fährt. Danke für nichts. Exakt. Also das Ziel ist ja ganz schön, aber es sind die Tasche Lügen hochziehen. Äh, also Stimme zu. Zustimmung. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist. Oh Gott, natürlich Zustimmung. Also wir wollen hier keine Frauenquoten und Zeug. Das Extrembeispiel, was du mir mal erzählt hast, hier so Frauenquoten in der IT fand ich ganz lustig. Wie das dann ablaufend täte. Ja, klar. So. Geben Gas. Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaat machen. Auch da, nein, die EU soll sich nicht überall einmischen. In die nationalen Angelegenheiten. Vor allem sowas wie Grundsicherung. Weil das muss so jedes Land für sich entscheiden, wie viel die ausgeben. Wenn wir halt so doof sind wie Deutsche und Bürger Geld in noch und nöcher geben jedem Menschen, dann müssen das die anderen ja nicht nachmachen. Ja, ja, ich hab's mir grad nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das klingt ja fast so, als wollten die da Ungarn irgendeine Grundsicherung wie bei Deutschland vorschreiben. Genau das, genau das. Da kannst du halt auch den Staat kaputt machen mit, ne? Genau, deswegen nein. Zack. So, Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen. Unbedingt. Ja, natürlich. Wir wissen genau, wo das hinziehen würde, wenn das anders wäre. Also die EU, das würde dann hier alles noch politischer werden. Ich mein, wir kennen die deutschen Gesetze, wie das Durchsetzungsgesetz. Ja, und das wäre dann auf Twitter zum Beispiel, würden wieder die Sperrungen losgehen. Rechte Akteure und so weiter. Wegen Hate Speech, Pipapo. Deswegen Zustimmung. Genau, man hat's ja gesehen, was die sozialen Netzwerke machen. Die löschen lieber einmal mehr, anstatt irgendeine komische Klage oder Mahnverfahren an der Backe zu haben. Genau. Äh, Stimme zu. So. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Stimme nicht zu. Also ich wäre tatsächlich dafür. Echt? Ja. Naja, warum denn mehr? Sind's zu wenig jetzt, oder was? Ja, definitiv sind's zu wenig. Also in meinen Augen ja. Okay, interessant. Also ich, ich seh halt hier schon wieder so ein bisschen die Gefahr von reinreden. In, in, weißt du was ich meine, in, in, in Zuständigkeiten von den Einzelnationen. Achso, ja. Ich meine, wenn jetzt Rumänien die Steppe X nicht als Naturschutzgebiet ausweisen will, oder Bulgarien, dann soll mir das gleich sein. Ich meine, dann soll das Deutschland für sich machen, nicht die EU-Regel. Ja, stimmt. Ich vergesse mal, dass wir in der EU sind. Ja, ja. Ja, klar. Der übergriffige Part, ne? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass es mehr Naturschutzgebiete an sich gäbe. Das ist ja based. Aber, ja. Vom EU-Overlord gezwungen zu werden? Nee. Dann nicht zu. Also nein. So. EU-Vordermittel für Mitgliedstaaten. Die Regeln und Werte, die EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Also streng genommen, ja schon, weil es ja mehr oder weniger, wenn du diesen Mitgliedstaat hast und der sozusagen die AGBs verletzt, dann musst du den ja irgendwie bestrafen können. Mhm. Aber wir hassen ja die EU, also. Hm. Ja, aus unserer Sicht wäre es hier besser zu antworten, stimme nicht zu. Weil das sich ja gegen, gegen, sag ich mal, die Oststaaten richtet. Und vor allem gegen ihre Migrationspolitik. Und ich würde halt hier so ein bisschen kalkulierend sagen, Akzelerationismus soll auf sein. Also, dass wir denen halt trotzdem Geld geben und dass das, dadurch das ganze System EU so ein bisschen absurd geführt wird, dass die Leute checken, naja, also die Einzelländer können ja trotzdem alles machen, was sie wollen und bekommen von uns Deutschen das Geld. Das ist ja Status Quo. Ja, aber, nee, nee, Status Quo ist ja schon, dass, wie es hier steht, Gelder weiterhin zurückgehalten werden. Also zum Beispiel Polen bekommt weniger von irgendwelchen Förderungen, wenn da Gerichtsurteile zur Abtreibung erlassen werden. Und das war jetzt ja zum Beispiel vor ein paar Jahren. Ist das so, dass da wirklich das Geld zurückgehalten wurde? Ich dachte, die haben das immer nur angedroht und dann ist nichts passiert. Das kann sein auf jeden, ich meine, dass es zumindest ein bisschen weniger den Gedanken gegeben wurde, tatsächlich. Okay, dann stimme nicht zu. Ja. So, Frage 20. Die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren. Alter. Stimme nicht zu, natürlich. Mehr Leute verheizen, auf geht's. Ja, genau. Wir haben das hier schon oft thematisiert. Aus unserer Sicht hat der Krieg keinen Sinn. Das ist jeder Tag, den der weitergeführt wird und von uns angeheizt wird, sterben nur sinnlos Menschen. Mhm. Weil die Ukraine kann das nicht gewinnen. Und die USA werden sich auch irgendwann jetzt demnächst zurückziehen, denke ich. Spätestens, wenn Donald Trump gewinnt, die Wahl. Ich glaube, auch wenn Biden gewinnt, das ist vorbei. Die Stimmung ist jetzt nicht so pro dem Krieg da in Amiland. Ja, wobei erst vor kurzem, das war erst vor ein paar Wochen, ich glaube nicht mal ein Monat her, wurde wieder ein riesiges Paket, wirklich in Milliarden, ich glaube sogar Billionenhöhe von den USA beschlossen Richtung Ukraine. Ja gut, das hat halt für die wirklich auch, das ist, man muss das immer sehen wie eine Investition. Ich meine, es geht darum, ihrem Gegner, der Russland zu schaben. Mhm. Deswegen, für die Deep State Leute lohnt sich das schon. Also, die Leute, die jetzt wirklich so geopolitisch, geostrategisch denken, die sehen das als lohnende Investition. Ja, und ich meine, Amerika ist ja wirklich so ein Sonderfall, dadurch, dass sie die einzige Notenbank, die relevant ist sozusagen, haben für die Welt, ist es halt auch egal, ob die sich verschulden. Das ist doch völlig lustig. Die haben ja alle Schäden da in der Hand, dann holen die halt mehr Geld, juckt ja nicht. Passiert auch nichts, ne? Da steht halt mit der Haushalt ein Tag still, dann eidigen sich alle wieder, dass die Grenze nach oben verschoben wird und weiter geht's. Also, das ist völlig egal, Alter. So, die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden. Ich mach mich unbeliebt, ich denke tatsächlich, das ist eine gute Sache, die man EU-weit regeln kann, eben weil der Fisch keine Landesgrenzen kennt. Weißt du? Ah, also das ist interessant. Ich tue mich da hier wirklich sehr schwer, weil es, wie gesagt, so ein bisschen in die Zuständigkeiten der Länder für mich reingeht. Naja, aber du kannst ja dann sozusagen, wenn du dein Nachbarland nicht leiden kannst, kannst du das ficken, indem du die Fische wegfischst, wenn die sozusagen zu dir gerade meandern. Und dann kommen keine mehr zum Nachbarn, weißt du? Okay. Nee, schwer, ja, okay, okay. Sie sind quasi ja hypothetisch, aber... Ja, ich merk schon, wenn du das so ansprichst, dann würden da ja noch völlig neue Punkte aufkommen. Ich kann halt leider jetzt nur mit dieser These arbeiten, wie sie hier steht. Ich würde eher Stimme nicht zu sagen, vielleicht können wir uns nochmal auf neutral einigen. Also, bloß mal Interesse halber. Also, das ist, glaube ich, für uns beide jetzt kein wichtiger Punkt hier, die Sache an sich. Aber wie würdest du Überfischung sonst regeln wollen? Ja, so wie ich alles regeln würde, dass die einzelnen Nationalstaaten das für sich entscheiden. Wenn die halt überfischen wollen, dann ist das ja ihr Ding, dann macht halt. Okay, okay, ja, kann man gründer neutral machen, ja. Müssen wir jetzt keinen Pass aufmachen. Ja. Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Aha, jetzt wird es ja verrückt. Weil Elektroautos ist ja so das große Diktat der EU. Und wenn man jetzt die Einfuhrzölle erhöht, dann tun wir uns ja selber ein bisschen verarschen. Gut, wahrscheinlich ist der ihr Kalkül, dass wir halt nicht mit billigen chinesischen Elektroautos überflutet werden sollten, sondern halt unsere eigenen kaufen sollten. Genau, das ist ja die Aufgabe von Zöllen, ja. Ich würde vielleicht jetzt sogar hier Stimme zu tatsächlich sagen, einfach um das Thema Elektroauto zu ficken. Dass halt der Deutsche, ja, ja, dass halt der Normie nicht an billige chinesische E-Autos rankommt. Fände ich gut. Und da diesmal nicht die EU-Staaten selber machen lassen? Nee, ach, ich bin da, wir hatten ja schon bei diesem Quiz hier rechts und neurechts. Ich meine, wenn mir eine Maßnahme nützt, dann bin ich für die, auch wenn ich eigentlich rein aus dem Prinzip dagegen sein sollte. Ich bin da ganz opportunistisch danach, was mir nützt, oder nicht? Hm, ich würde sogar sagen, dass, ähnlich zu sehen wie du, dass die EU da tatsächlich mal einen Sinn ergibt an der Stelle, weil wenn du es dann länderweise regelst, dann, und sagen wir jetzt mal, was weiß ich, Polen macht da nicht mit. Ja. Fickt dann die ganzen chinesischen E-Autos und fickt die dann uns weiter. Und flutet dann von Polen aus den Markt, dann passiert da dasselbe wie vorher, also. Also, deswegen, ja, stimme zu. So, die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten straffrei möglich sind. Ah, auch hier wieder nein. Das impliziert, dass es gerade nicht so ist, ne? Richtig, und ist es ja auch so. Also, zum Beispiel halt Polen. Wie gesagt, da wurde ja erst vor ein paar Jahren so ein neues Gesetz beschlossen, was es das schon ein bisschen schwerer macht, das ganze Thema Abtreibung. Mhm. Und auch da wieder, wie immer, wenn die das so wollen, die einzelnen Länder, dann ist das für mich okay. Ja. Deswegen stimme ich nicht zu. Ja. EU soll raus sein aus den eigenen vier Wänden. Richtig. Äh, nicht zu. Stimme nicht zu. These 24. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Ja bitte, ja bitte, unbedingt, um die Migration einzuschränken. Unbedingt. Ja. Wenn die EU-Außengrenzen dicht wären, dann bräuchte man es halt nicht, ne? Nee, aber die werden auch nicht ganz dicht sein. Dann wäre es mir ja völlig egal. Es kann gerne Grenzen geworden geben. Man kann das dicht kriegen, wenn man will, aber man will es halt nicht, ne? Ja, ich weiß nicht, die Grenze ist halt so groß. Ich meine, selbst die USA, die geben sich jetzt wirklich schon Mühe, die Grenze nach Mexiko ein bisschen abzudichten, aber das ist auch eine sehr lange Grenze. Gut, das ist auch eine sehr lange Landesgrenze. Wir haben ja wenigstens, also Wasserwege, was eigentlich leichter abzuhalten sein sollte. Aber trotzdem, ich sage, Grenzkontrollen zur Sicherheit in den einzelnen Ländern finde ich gut. Auch allein nicht nur wegen dem Thema Migration, sondern auch Kriminalität einfach. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn ich rüber in die Chichai oder nach Pol fahre oder sonst wo hin, einfach mal zehn Minuten zu warten und meinen Perso rauszuhalten. Weil ich habe davon als bescholdener Bürger nichts zu befürchten. Als unbescholdener, ja. Als unbescholdener, Entschuldigung. Klar, klar. Ja, ist ein guter Punkt, ja. So, die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmungen bestätigt werden müssen. Hallo. Ja, klar. Volksabstimmungen sollen auf sein. Ja. Die EU soll den Anbau von weiteren gentechnisch veränderten Pflanzensorten erlauben. Würde ich sagen. Ja, natürlich. Zumal unsere Tomaten und Äpfel und alles, was man hier so im Laden hat, die sind ja auch in dem Sinne gentechnisch verändert, dass die halt massives Zuchtprodukt sind. Also so eine Naturtomate, wie es es halt vor, keine Ahnung, 10.000 Jahren gab, die sah nicht so aus, wie die heutige. Ja, okay. Das ist halt Züchtung, ja. Aber gentechnisch verändert heißt halt sowas wie CRISPR-Verfahren und solche Spiele. Und dann höre ich schon wieder Monsanto an die Tür klopfen und uns mit irgendwelchen aus Versehen Krebsgeschichten dann beglücken, die keiner hat kommen sehen, aber hey. Weißt du was? Du hast recht. Du hast recht. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich gebe dir recht. Also mach mal nicht zustimmen. Okay, gut. So, geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Ja, das ist dann noch schöner. Na gut, ich meine, dann würden endlich mal Frauen kommen und nicht plus junge Männer. Aber Asylgrund? Naja, natürlich nicht Zustimmung. Wir brauchen nicht noch mehr Asylgründe. So, urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Fotos, Musik und Literatur, sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen. Ich sage ja. Ja, gut. Ja, schwierig. Warte mal. Da muss ich mir vielleicht noch überlegen. Muss ich mir vielleicht noch überlegen. So, das wäre jetzt so sehr populistisch. Ja, geil, klar. Aber ich meine, natürlich hat jetzt ein Musiker auch irgendwo recht an dem, was er macht. Oder ein Fotograf. Es geht ja explizit um urheberrechtlich geschützte Werke, ne? Ja, eben. Eben, das stimmt schon. Ich würde vielleicht doch hier sagen, ich stimme nicht zu, wenn ich da nochmal mir Mühe gebe und länger drüber nachdenke. Ah. Nicht kommerzielle Zwecke. Also, so das Ortsfest oder so, wo dann die Musik im Hintergrund läuft. Ja, da könnte ich es mir vorstellen. Was anderes wäre jetzt zum Beispiel, ich tue, was ist ich jetzt, zum Beispiel einen Film, den lasse ich für irgendein Event vorführen, weißt du? Also ich mache so eine Art Kino draus und von den Leuten nehme ich nichts ein. Und das klingt jetzt ein bisschen sehr kapitalistisch, aber klar kann ich dann auch irgendwo den Filmproduzenten oder Filmverleiher oder irgendwas verstehen, der dann meckert, naja, Moment mal, ich meine, ich habe doch das hier geschaffen, das Produkte, ich hätte da gerne Geld dran verdienen, dass die eine Netflix-Lizenz zahlen oder irgendwas. Von daher würde ich tatsächlich eher wahrscheinlich nicht zustimmen. Ja, ich bin mittlerweile auch für nichts zustimmen, weil du kannst ja jetzt deine Werke, die du erstellst, kannst du doch mit verschiedenen Copyright-Stufen sozusagen versehen. Also da gibt es halt auch dieses, ich sage jetzt mal, ich habe es nicht im Kopf, so sinngemäß Fair-Use-Copyright. Also du musst halt angeben, von wem der Film ist und dann darfst du es überall aufführen. Also die Regelung an sich gibt es schon, da braucht man eigentlich auch nicht die EU für. Eben, deswegen immer wieder nicht zu Stimmung. Und wie du gesagt hast, wenn man jetzt alles kostenlos macht, dann lohnt es sich für den Künstler auch irgendwann nicht mehr. Genau, genau. So, nein. Stimme nicht zu. So, die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. Also Stimme zu? Stimme zu, ja, weil wir uns mit denen ins eigene Fleisch schneiden. Dass wir zum Beispiel Gas statt von Russland aufzukaufen, über Umwege von Indien aufkaufen, die es uns teurer verkaufen und all diese Geschichten. Jeder Zwischenhändler verlangt halt auch nochmal ein bisschen was, genau. Eben. Und das ist doch mittlerweile sogar auch im Mainstream angekommen, dass uns die Sanktionen mehr schaden als Russland. Hm. Also das ist jetzt ja kein Schwurbel mehr. Ja, eben. Äh, Stimme zu. Ja. Das Erasmus-Plus-Stipendium für Auslandsaufenthalte soll für Studierende, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, höher sein. Für Studierende? Automatische Ablehnung? Also ich muss das, naja, bei dem Thema höher, ich muss dazu sagen, ich hatte vor zehn Jahren mal so einen Erasmus-Aufenthalt gemacht. Und ich hatte ja auch dieses Erasmus-Plus-Stipendium bekommen. Oh. Und ich muss tatsächlich sagen, so viel war das gar, ne? Aber es hat auch irgendwie zum Leben gereicht. Und ich meine, ganz ehrlich, für mich war das letztlich sogar eher eine Spaßreise als wirklich eine Studienreise. Deswegen würde ich tatsächlich neutral sagen, vielleicht sogar Stimme nicht zu. Also das wäre jetzt nicht auf meiner Prioritätenliste, dass wir hier mehr Geld dann dafür ausgeben. Und wieder mal mehr Steuern zahlen, deswegen. Jetzt, jetzt haben wir jemanden aus erster Hand, also wie läuft das? Du kriegst so ein Stipendium und bekommst du noch BAföG gleichzeitig oder setzt das währenddessen aus? Wie ist das? Äh, bei, das kann ich dir nicht genau sagen, weil zu dem Zeitpunkt war halt mein BAföG-Anspruch erloschen. Ach so. Und ich habe dann nur noch das bekommen. Also wenn ich noch BAföG nämlich bekommen hätte, dann wäre es wesentlich besser gewesen. Aber so, nur damit, mit diesem Stipendium, war es halt nicht so viel. Ähm. Ich würde sagen, neutral, also. Ja, lass mal neutral machen. Es ist uns, das ist wahrscheinlich so eine Frage, die uns eigentlich egal ist. Und für die paar Studenten, die das machen, ist das jetzt auch nicht der riesige Geldbatzen, der da flöten geht. Das werden nicht ein paar Milliarden sein, die da jedes Jahr gesenkt werden müssen. Wenn es steigt. Geh du wieder. So, die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Jawohl. Gibt es nichts zu diskutieren. Hat mit den neuen Reaktoren, also. Ja. Atomkraft ist grüne Energie. Ja. So, die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Ah, hier stimme ich nicht zu. Was wollen die denn noch vereinfachen? Wollen die einen roten Teppich übers Mittelmeer spannen? Ja, eben. Also, nein. Die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Da bin ich unbedingt dafür, auch wenn ich nicht die EU dafür zuständig sehe. Bin ich tatsächlich auch dafür. Allerdings, sowas wie das Stromnetz, das funktioniert ja zum Beispiel nur noch europäisch. Also, es wäre vielleicht sogar was, was die EU machen könnte. Ja, genau. Beschränkt werden. Stimme zu. Der Präsident, beziehungsweise die Präsidentin der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden. Hab den Satz wieder nicht verstanden. Ja, der Präsident soll ja nicht gewählt werden, weil zum Beispiel die Ursula von der Leyen, die stand ja nämlich eben nicht auf dem Stimmzettel zur letzten EU-Wahl. Ich war sogar Wahlhelfer und hab den Stimmzettel deswegen ganz oft gesehen an dem Tag und wurde dann komischerweise trotzdem Präsidentin durch halt irgendwelches Geklüngel und Verschiebe. Deswegen, ich sage ja. Ich denke auch. Also, das eine Kreuz mehr, das tut jetzt auch keinem weh. Ja, ich meine, in der demokratischen Wahl will ich auch wissen, wen ich will. Ja. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausstoß von CO2 zahlen müssen. Noch mehr. Ja, nein. Also, wenn ich die Rechnung von unseren Logistikunternehmern oder Subunternehmern da sehe, was die jetzt an CO2 extra da aufschlagen, da wird mir ja schlecht, wenn es noch mehr wird. Also, nicht zu. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenze stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Ja, natürlich. Das finde ich gut. Ja. Dass sie dann erst hierher kommen. Das kann man ja auch relativ easy mit den Außenstaaten da regeln, ne? Ja. Dass man da irgendwelche solche großen Zentren baut, wo die da erst mal untergebracht werden. Ja, ja, ja. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Also, stimmt. Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren. Ja, das finde ich eigentlich spannend. Hm, erzähl mal. Ja, also, ich finde halt so Grenzsicherung und damit einhergehend schlussendlich Armee oder halt auch Frontex, das ist schon was, was die EU übernehmen muss, weil sonst, wofür brauchst du sie dann, ne? Hm, und es wäre vielleicht auch interessant, jetzt das ganze Thema NATO, dass man vielleicht sich mal so eine Art NATO denkt ohne USA. Ja, also, jetzt nur Europa, weil machen wir uns nichts vor, jetzt Europa allein kann jetzt wenig bewirken gegen, äh, Entschuldigung, Deutschland allein gegen irgendwelche Großmächte oder Polen allein oder so. Da könnte man sich schon zusammenschließen. Wir wissen natürlich, aber auf der anderen Seite, gemeinsame europäische Rüstungsprojekte, wohin das führen würde. Also, wir sind ja nun mal noch in der NATO und, äh, das würde vielleicht dann, ja, mehr noch anheizen, dieses ganze, äh, Säbelgerassel gegen Russland mit der Ukraine zum Beispiel. Schwierig. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ja, gut, ich meine, die NATO ist halt im Moment einfach die USA und hat halt so ein bisschen Beischmuck. Ja, und wir sind dabei, also, USA würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich meine, gerade Großbritannien, Frankreich, die bomben auch immer viel mit. Ja, na, also, die haben halt ein paar Turmböhmchen, aber so richtig, also, mit USA verglichen, was sie da an Militärausgaben haben, kann da keiner auch nur im Prozentbereich groß mithalten. Was würdest du jetzt hier antworten? Also, ich tue mich schwer. Also, ich bin vielleicht für neutral. Ich habe ehrlich gesagt eher die Befürchtung, dass das dann so in Österreich-Ungarn wird. Du hast halt so einen Staat oder Gebilde aus ganz vielen Sprachen, die dann irgendwie eine gemeinsame Armee stellen und das hast du im Ersten Weltkrieg gesehen, dass Österreich-Ungarn militärisch absolut nutzlos war. Aber deswegen, das ist echt schwierig. Also, man müsste sich da irgendwie schon einigen. Ja, vielleicht machen wir neutral deswegen, weil wir halt so wirklich unentschlossen sind, das merken wir hier in der Diskussion. Okay, und letzte These, das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Naja. Was ist die Alternative? Abschaffen. Nur noch Hinterzimmer-Abstimmung? Ach so. Ja, vor allem weiterhin eine zentrale Rolle. Irgendwie tue ich das schon so ein bisschen bezweifeln. Ja, richtig. Das ist komisch. Also, das Europäische Parlament, das ist ja jedes Mal so peinlich, wenn man sich da Reden anschaut. Da sitzen in diesem riesigen Gebäude vier, fünf Leute und dürfen dann eine Minute was sagen, werden dann halt übersetzt. Also, das macht alles so keinen Sinn. Ja, und die wichtigen Entscheidungen werden doch gar nicht dort getroffen. Ja, eben. So, im Hinterzimmer. Deswegen würde ich wahrscheinlich hier sagen, stimme nicht zu, einfach wegen diesem Thema EU-Skepsis. Ja, ja. Was ich hab. Ich bin neutral, aber ich find den Punkt eigentlich lustig, den du machst. Ja, komm. Tu mir nichts zu. Gut. Gewichtung der Thesen. Welche Thesen sind Ihnen besonders wichtig? Markieren Sie die Thesen, um diese mit doppelter Gewichtung eingefließen zu lassen. Aha. Kannst du mal bitte runterscrollen? Sind das jetzt hier nochmal alle 38 Thesen? Das sind alle, ja. Ah, okay. Na, guck mal. Hey, warte mal. Stopp. Warum ist denn jetzt zum Beispiel hier Verbrennungsmotoren auf grün? Ja, das wird mit der Frage zusammenhängen. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte, die hätten für uns schon so eine Vorgewichtung getroffen. Nee, nee, wir können hier mal zwei. Ach so, alles klar. Na, auf jeden Fall, dass hier diese Asylthemen. Und mit den Steuern. Auf jeden Fall mal zwei. Auf jeden Fall. So, Seenortrettung. Das auf jeden Fall. Mit der Ukraine auch, die vier finde ich. Zack. Die Ökologie würde ich erstmal auslassen. Währung wäre ich auch dafür. Okay. Die sechs. Jagd von Wölfen, egal. Geschlechtsidentität, egal. Nicht so wichtig. Photovoltaik, egal. Was war das hier? Würde ich auch eher sagen, unegal. Also egal, Entschuldigung. Flugzeugtreibstoff, egal. Europol, egal. Was war das? Das, da würde ich zustimmen. Das ist uns wichtig, dass das nicht ausgebaut wird. Verwerfende Klimaziele finde ich auch wichtig. Geschlechter Anteil auf Wahllisten. Würde ich sogar mal sagen, egal. Genau. Die machen ihre Spinnereien. Sozialgrundsicherung. Das finde ich wichtig. Ja, ja. Desinformation auch wichtig. Also, dass sie das nicht machen. Haben wir das Maximum? Ich dachte schon, wir haben das Maximum erreicht. So, nicht so wichtig. Regeln und Werte der EU auch unwichtig. Waffen für die Ukraine nochmal wichtig. Senkung der Fischfangquoten, um Gottes Willen, unwichtig. Einfuhrzölle auch unwichtig. Schwangerschaftsabbrüche auch unwichtig. Grenzkontrollen wichtig. Ja, Volksabstimmung bei neuen Mitgliedern auch sehr wichtig, finde ich. Gewalt gegen Frauen, gentechnisch veränderte Pflanzen. Normal wichtig, normal wichtig. Auch normal wichtig. Abbau der Sanktionen gegen... Ja, es ist mir eigentlich doch normal wichtig. Normal wichtig würde ich auch sagen. Richtig, richtig. Erasmus Plus, normal bis eher unwichtig. Atomkraft, wichtig. Einwanderung von Fachkräften auch wichtig. Die Infrastruktur, okay, gut, gut. Direktwahl unbedingt. Ja, wobei, weißt du was, lass mal unwichtig machen. Ja, lass mal unwichtig. Also, ist nicht ganz wichtig. Preis für den Ausschuss von CO2 war unwichtig für uns, oder? Ach so, na gut. Ne, mach ruhig wichtig. Wir wollen das ja gerade nicht. Asylanträge, das ist unbedingt wichtig. EU-Rüstungsprojekte. Normal. Ja, machen wir mal neutral. Normal. Genau, gut. Dann weiter zur Auswahl der Parteien. So, jetzt wird's spannend. Jetzt können wir uns Parteien wählen, die wir hier gewertet bekommen. So, und jetzt nehmen wir natürlich alle noch mit rein. Wie viel können wir denn wählen? Wir können ja diesen Haken immer setzen, dass wir alle nehmen. Ach Gott, ja, wegen mir. Oh, Tipp. Gut. Dann kriegen wir jetzt hier... Ihr Wahl-O-Mat-Ergebnis. 93 Prozent. Oh! Heimat und AfD, Mensch. Beide gleich auf, beide gleich auf. Und dann wird's nicht mal alphabetisch reinfolgen. Wahrscheinlich hier 93,51. Das hat ja wunderbar geklappt. AfD auch gleich... Aber jetzt ohne Wissen, wir haben's ja nicht großartig forciert. Nee, gar nicht. Das ist ja unsere ehrliche Meinung jetzt gewesen. Aber gut, ich mein, wir haben hier einen rechten YouTube-Kanal. Also war klar, was rauskommt. ABG, Aktion Bürger für Gerechtigkeit, hab ich noch nie gehört. Also, sie erkennt den Menschen verursachten Klimawandel nicht an, will alternative Heilmethoden fördern. Ja. Auf höchsten Fall nach Schweiz oder? Okay. Gut, jetzt kommen wir noch ein bisschen runter, was für Parteien jetzt hier noch so kommt. Die Basisbündnis. Was ist denn Bündnis C? Ja, Christen für Deutschen. Ah, okay. Aber guck mal, jetzt sind wir hier schon relativ schnell von 93 auf 75 runter. Daran merkt man auch, also es gibt zur AfD keine Alternative für jemanden, der rechts denkt. Ach, Partei der Vernunft, ja gut, das ist so ein... Ja, ganz ehrlich, lass mal diese kleinen Parteien hier aus. Wann kommt die nächste große Partei? Ist das hier von dem, ist das von Lucke das Ding? Weiß ich nicht, ist auch egal. So Tierschutz, okay. BSW, das ist interessant. Aber 62 Prozent lediglich, also... Eben, das ist noch ein großer Abstand. Und guck mal, 50 Prozent dann erst CDU, CSU. Ich hab das vorhin schon gesehen. Oh, 50 Prozent da war, also die islamistisch-rechte Allianz steht. Ja. So FDP, na klar, wir haben zu viel gegen... Wobei, wir haben doch eigentlich sehr viel gegen Marktregulierung gestimmt, ne? Eigentlich auch spannend. Naja, aber 38 Prozent ist ja wenig. Die FDP wird uns dann bei den anderen Fragen vielleicht auffangen, so mit den Fachkräften oder was weiß ich. Ach, keine Ahnung. Was ist denn das hier? Achso, okay. Sozialistische Gleichschaftspartei. Oh, PDF. Von Adome. Wie gesagt, diese Kleinstparteien interessieren mich jetzt hier gar nicht so. Die Partei, 32 Prozent. Mein Wähler, Linke, sehr gut. Die Rat, 25 Prozent. Letzte Generation, fast 25 Prozent. Wir müssen uns Sorgen machen. SPD, 24 Prozent. Partei der Humanisten heißt. Ah, okay. Und Grüne auf dem letzten Platz, interessant. Sehr interessant. Grüne auf dem letzten Platz. Dann würde ich sagen, wir haben ja alles richtig gemacht. Absolut. Absolut. Oh, das ist jetzt neu. Weiter zum Tuning. Jetzt könnte man das noch ändern, wenn wir unzufrieden sind. Oh, scheiße. Ich finde das nicht gut, dass die Heimat bei mir so weit hoch ist. Das ist aber neu, oder? Das kann ich mich nicht daran erinnern, dass das hier nochmal ... Weiß ich nicht. Ich glaube, das gab es schon mal bei einem anderen. Und oben kann man noch Parteienvergleich machen. Da könnte man noch einzelne vergleichen. Ach so, da ändert sich dann gleich die Prozentzahl, wenn du bei einzelnen Sachen mehr oder weniger gewichtest. Du kannst hier noch so lange rumklicken, bis deine Grünen oben stehen. Das könnte dauern. Das wollen wir jetzt unseren Zuschauern nicht zumuten. Ja. Wir sind ja jetzt auch schon bei fast 50 Minuten. Also die haben auf jeden Fall, muss ich den lassen, den bisschen erweitert, den Wahl-O-Maten tatsächlich. Ja, und es gibt sogar Begründungen. Das ist auch cool. Da kann man nochmal im Detail nachlesen, was wir jetzt hier nicht machen. Was auch nie einer machen wird, würde ich jetzt mal behaupten. Außer irgendwelche Streamer, die das ausschlagen wollen. Ja. Gut, weiter zur Begründung. Ja, das sind halt die ... Was kann man jetzt hier machen? Ach so, jetzt kann man hier wirklich nachlesen, alles klar. Ja, genau. Von den einzelnen Parteien die Begründe. Was haben wir noch? Standpunkte. Welche Teil interessiert sie besonders? Klick mal auf AfD, was steht denn da jetzt zum Beispiel? Die AfD wurde 2013 gegründet, fokussiert sich auf restriktive Positionen in der Asyl- und Migrationspolitik. Alter, jetzt kommt, seit 2017 ist sie im Bundestag vertreten. Sie wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall für rechtsextremistische Bestrebungen geführt. Das ist immer dieser Satz, der in den Weltartikeln, wenn es irgendwo um AfD geht, der kommt dann immer so am Ende nochmal. So kopiere ich es schon seit Monaten. Und das ist jetzt der Moment, wo alles zusammenläuft, dass wir am Anfang uns mal angeschaut haben, was für Organisationen diesen Wahl- und Martien fördern und Partner davon sind. Weil klar, dass die nochmal so einen Satz hier reindrücken mussten, um die AfD schlecht zu machen. Aber gut, jetzt kann man ja tatsächlich das alles nochmal nachlesen zu den einzelnen Dingen. Und das finde ich sogar ganz gut. Ja. So, was steht da bei der Linken? Spaß, das war aber mal. Als Kontrapunkt dazu. Hier wird nichts mehr vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja doch, ein Zusammenschluss innerhalb der Partei wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz dem nicht gewaltorientierten Linksextremismus zugeordnet. Ja, zugeordnet, aber das heißt ja nicht. Ja, aber interessant, dass auch das hier jetzt gleich steht. Also das ist ja immerhin fair, dass nicht nur bei der AfD hier irgendwelcher Verfassungsschutz ausgewiesen wird, sondern auch bei den Linken. Aber den nicht gewaltorientierten, weißt du? Ja, ja, klar. Na gut. Also Leute, ihr wisst, wir wollen eure Ergebnisse natürlich auch hören. Ich hoffe, ihr hattet ein paar mehr Prozent als wir bei einer gewissen Partei. Und ja, dann sehen wir uns aller spätestens, wenn wir dann irgendwann mal die Wahlwerbespots uns anschauen. Darauf freue ich mich schon. Bis dahin. Tschüss.